Hallo und Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von KINGENZFORMALUR MEDRAZI und es ist immer noch spätfrüh am Morgen je nachdem wie man es haben will Ich habe auch noch nicht geschlafen, ich bin immer noch voll dabei Aufnahme wieder mal und halt los, los Wir kriegen etwas fertig auf den Reifen Jetzt ist immer noch in drei Uhr Maus und dann wieder Oua, 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 oua Oua, 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 okay TOT? TOT TOT Sah gut aus, ne? Juh Woh! Warte geht's verheiratung muss aber was auch können hier noch schade eigentlich da gut ja mal raus Tietrich? Aha, aha, aha Ein Einzeller? Ein Einzeller Warum? Nein, 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 nein Ich habe das nicht abgeschrieben, was die Mama war Ich weiß nicht, dass es ist Vollender Boga Der hat sich wirklich wahrgenommen in der Ja, das ist Zwei 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 das ist ja die Kategorien das war ein bisschen scheiße dies wird doof sogar sehr die Reise Hülle in diesen Höhle nach dem unserem Heiler Gold wie Herr Kolben wieder hieß um ich dachte ich werde mir nur noch ein bisschen auf mich für mehr und noch wir haben einige Höhle die wir eigentlich hätten erkunden können lange nicht erkunden gehabt um auch so ein Grund und weil ich dafür keine Zeit hatten was bin ich voll die die Schwingung Prozent sie sind sie sagen wir in ihrem Kreis nicht fest ich habe es ja geahnt. Was ich sagte. Scheiße, egal. Wem kannst du irgendwie was nochmal mal anders machen hier? Was haben wir denn hier? Was ist denn das hier? Wir haben den Mörser am Stösel. Ich kann mal was herstellen. Was war denn da? Oh, ein Trank. Und das ist alles. Ich würde mich nicht richtig sagen. Ich weiß nicht, was ich bin. Ich bin eigentlich nicht. Ich bin nicht gut. Ich wollte ein paar Folgen aufnehmen und deswegen passiert jetzt alles ein bisschen hopp-hopp, ein bisschen nachts und so, ist ja nicht schlimm. Alles nur, damit ihr noch Folgen habt und nicht auch zu kurz kommt. So, denken wir an euch, wie wir von Dekaman filmen. Ja, so sind wir. Bei LTWS, Letzte was Sinnvolles, heißt ja immerhin was Sinnvolles tun. Und was Sinnvolles wäre, halt aufnehmen anstatt schlafen oder andersrum, keine Ahnung, ich weiß es gerade nicht. Krieg hat ein bisschen so, ich weiß. So, jetzt gehen wir mal zum Hoppen mehr hin und gehen da mal quasi bericht ab. Haben wir Heiler da? Mal kurz Bart kratzen. Ah, Moment, so. Wollen wir das etwa? Ja, oder nicht. Ah. Jups. Hallo? Kolm ist zurück? Ja. Wo ist die denn? Wo ist die denn? Sicherheit. Ja. Ja. Höhlen suchen. Ich bin echt. Widersehen. Ich bin echt. Bevor ich das noch mal mache, gehe ich noch mal selbst zur Schmiedel und werde nochmal nochmal zerbröddeln, weil wir haben eine ganze Menge da. Deswegen werden wir das mal zerbröddeln. Wenn wir nicht haben. Ähm, wir wollen was zerlegen. Und zwar... Ich ahne nämlich, dass wir auch da eine ganze Menge wieder aufnehmen können im ganzen Fluster, Höhlen und Zeug, ich weiß wo sie sind, sie sind auf dem kleinen Schmalgang, wo wir vorhin schon mal waren, wo wir die Höhle so ein bisschen kurz geguckt haben, wo wir Sachen für die Höhle angucken wollen, erinnert euch, ja? Gut, ich ahne, dass wir, dass sowas kommt, aber es ist egal, wir machen es immer mit, weil es sind immer Erfahrungspunkte, die wir uns noch bringen und auch noch ein paar andere Sachen noch, Ausrüstung und sowas können wir vielleicht auch noch alles mit zusammen machen, werden wir mal sehen. Ich rede eigentlich nicht mehr für zu viel, ich kriege mal was trinken, fast eigentlich, aber ich konzentriere mich gerade darauf, dass ich nicht trinken muss und vor allem nicht, weil ich jetzt hier ins Ohr gehe, ne? Weil ich, wie gesagt, ich bin echt noch mehr, ich würde das noch einmal nach der, die letzte Folge, die ich konzentriere aufnehmen, ähm, und danach geht es in der nächsten Folge weiter. Ich bin echt, ich bin echt nicht, ich mache mir alles hingehen und zwar eine Runde pennen. Sehr, go, so haben wir hier. Ja, am Ende, mit mittelnder Angreifer, das ist also nichts zu wohnen. Problem. Wir haben aber einen Treffer, passt, dann passt es auch und dann gehen wir jetzt hier lang. Gucken wir mal, dass wir mal in die Hülle reinhören, ob wir hier auch mal was finden, was wir brauchen können. Ja, ne Falle. Wunderherrlich, ich freue mich. Weißt du, also, aha, Griffe sind gut, präsentiere Feigenklingen nehmen wir nicht mit. Wir standen gerade noch ein bisschen in den Flammen, ist nicht so schlimm. Und wir gehen erstmal links lang, weil da ist mir auch wieder so. Ach, warte. Wir haben hier nichts atembar, warum das kommt, dass ich die Appetitien nicht verändern kann, also nichts. Ich glaube, dass die sind ja nur. Wie gesagt, also die sind echt auch noch, ja. Ja, 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 keine Angstmittel, ich komm schon gleich, ich mach gleich auf. Gib mir eine Sekunde, ich muss mal gleich schon checken hier. Da hinten auch noch was. So, jetzt können wir den Hebel ziehen. Zieh den Hebel! Okay, der ist so dumm. Ich hatte mich darauf verlassen, dass die Toaterwachen mich zu dem Stab führen, sobald ich hier raus bin. Jetzt muss ich das Zauberbuch zu Rate ziehen und meine Schritte zurückverfolgen. Danke für nichts. Ja, 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 wenn es ist okay, sei willkommen. Sehr witzig. Was macht ihr überhaupt? Ah, ich verstehe. Der Hauptmann schickt euch nicht wahr? Geht zurück und richtet ihr aus, dass ich ohne Arbas Atem hier nicht weggehe. Kommt, ich zeige es euch. Ist ja nicht so, dass ich, äh, ne, also, ach, Mann. Okay, das wird, ähm, brrrr. Meine Reparaturkosten fressen echt nochmal ganzes Gold. Das ist ja, Wahnsinn, ne? Klar, wo die meisten Viecher sind, da rennt sie auch rein. Ich komm gleich. So geht's, dann. Okay, just wake's up. Ich ruhe. Ich ruhe. Ich ruhe nächste Gold. Und dann Thompson? Tschüss. Pinzude? Ich ruhe. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. ich komme nicht nach wie ich bin noch ein bisschen operiert immerhin ist man großschwert entdeckt noch mal und der los zu bieten gold also von daher mal ganz unruhig junge frau das ist nix das ist müll das ist umfutscht also recht mit schulden gehen wir hier weiter die gute hier vorgerannt also die sonst wo was ist ich weiß dies die Tourate haben jetzt keine Chance mehr gegen mich ja, wunderschön dann trennen wir uns um Lara die Frau macht mir wahnsinnig hier richtig, so wie gesagt, wenn ich bei einer Reise bei hätte, dann will ich ja irre werden nee, 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 Freunde wir bringen uns mal schön zu Lara zurück, da werden wir dann noch mal eine Runde sonst kann ich nicht ausruhen oh Gott, ich bin hier ganz vielmals um Entschuldigung, Freunde aber das ist so ein Aufnahmsgeschmack eigentlich nicht nachts die mache ich meistens nachmittags oder so nicht nachts, wie jetzt hier gerade aber ich hatte in diesem Moment keine andere Wahl leider aber ich denke mal, ihr versteht mein ähm, Mist, Erfolg quasi dabei na egal, ihr wisst, was ich meine so, wenn ich hier sitze hallo ihr habt die Waffenschmiedin gefunden? lebend? ich muss zugeben, ich bin schockiert und sie bringt mächtige Magie mit? so eine Hilfe ist uns mehr als willkommen und sie kommt zur rechten Zeit die Tuata nähern sich ne, ich ahnte sowas schon das machen wir auch mal schnell in dieser Folge noch wiedersehen ich ahne, dass sowas geskriptet ist, ne? aber na ja, Gott doch Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.